hallo leute nachdem ich gestern nach circa einer woche pause mal wieder ein paar videos gedreht und hochgeladen habe kommt hier schon das nächste es wird ein let's play quiz duel wie ihr seht und zwar gegen big pushell wird hauen herrippchen und schriego lock downer oder so und ich fange an mit der herausforderung von schriego lock downer also los geht's ich nehme essen und trinken was bekommt man wenn man in spanien fresas conata bestellt was ist eine kaminwurzel aus welchem land kennt man spezialitäten wie malai kofta praven windalu und alu gobi so und jetzt kommt herrippchen dran die letzte runde wer oder was ist bossa nova wie heißt der hawaiianische sänger und songwriter der für die musik seine profi surf karriere an den hängte welches album von michael jackson wurde am häufigsten verkauft so und jetzt noch dass die zwei letzten spiele für heute oder das letzte spiel für heute gegen big big pushell wird hauen welcher der folgenden ist kein rivale von batman wer schuf neben stan lee die x-men in welchem verwandtschaftsverhältnis stehen professor x und magneto aus den x-men zueinander so jetzt darf ich mir noch was aussuchen ich nehme im labor welcher der folgenden planeten unsere sonnensystems gehört nicht zu den äußeren planeten was ist das mengenmäßig häufigste wasserlösliche protein der erde welches unter anderem dafür sorgt dass pflanzen kohlendioxid aufnehmen können was erhält man wenn man gleiche anteile der säure hci und der base naoh mischt so ich habe einen kaufzettel vergesst kasten ist so so